Achtung, Ängste sind im Grunde genommen, oder ein Großteil der Ängste, sind erlernte Verhaltensweisen, mit denen wir, Klammer auf, unbewusst, Klammer zu, unsere Energien sozusagen zerstreuen oder in eine Richtung lenken, sodass wir uns quasi noch mehr bremsen. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wer in die Zukunft schaut und konzentriert sich auf alles Negative, Inflation, Preissteigerung, Umweltzerstörung, dass man vielleicht in einem Jahr den Arbeitsplatz verliert und so weiter und so fort. Ja, da kommen Bilder in einem hoch. Und in dem Maß, wie man sich sozusagen bewusst oder unbewusst auf diese Bilder konzentriert, schießt es sofort die Stimmung in den Keller und bewirkt es tendenziell, je nachdem, wie gut man sozusagen da drin ist, Ängste in einem selbst immer wieder hoch zu kochen, dass man sich emotional ins Nirvana schießt. Und es ist praktisch anschaulich gesehen eine Möglichkeit, wie viele Menschen unbewusst dafür sorgen, dass sie schlechter Stimmung sind, dass sie sich gebremst fühlen, dass sie nicht aktiv sind. Ängste sind im Grunde genommen kognitive Leistungen, sind Fähigkeiten unseres Geistes. Ja, es ist... Ja, es ist...